Für den deutschen Mittelstand ist das heute ein wichtiger Tag. Wir eröffnen für den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft unser Büro in Dubai zusammen mit der IFSA, eine hervorragende Partnerschaft IFSA und der deutschen Mittelstand. Das ist Win-Win für beide Seiten. Der deutsche Mittelstand profitiert durch die Möglichkeiten des Eintritts und die Unterstützung durch die IFSA in neue Märkte hier im Middle East. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den deutschen Mittelstand fit zu machen für die Zukunft. Wettbewerbsfähig, international, global und da freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit, auf eine Freundschaft und vor allem auf viel Erfolg in der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen IFSA und dem deutschen Mittelstand.